So, dann machen wir mal jetzt hier endlich die Auslosung für die Serie GDTC. Mein Sohn und mein Dajan, der zieht jetzt. In der braunen Schütze ist Gruppe 1, in der weißen ist die 2 und die dritte, schwarze ist halt die dritte. Einmal von rechts nach links zieht er jetzt. Dann gehört derjenige immer zusammen zum Team. Wann fängst du im braunen an, bitte? Max Wimhi. Ja. Fopo. Mit dem Fopo zusammen, ja. Ditsche. Und Ditsche, okay. So, das zweite Team jetzt. Gantenbein. Ja. Hamtidamti. Hamtidamti, ja. Der Alte. Mit Wolf. Digital, Chris. Ja. Uffi. Mhm. Wunderpaar. Reusi. Polo. Wer? Polo. Ja, Polo, ja. Fuff. Was? Fuff. Was ist das denn? Okay, genau. Ach, der. Fuff. Alles klar. Kenne ich noch nicht so. Gruppe 5 jetzt. Haru. 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 Haru, ne? Ja. Haru. Haru. Haru hab ich da geschrieben. Ja, ich hab Haru. Ja, genau. Haru. 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 Mit Englisch gemischt hat der sein Name. So, Gruppe 6. Smearch. Ja. Caron Laura. Winter. Gsus. Was? Gsus. Gsus, ja. Alles klar. Sander. Spacewalker. So, Gruppe 8. Plotmaster. Ja. M-Art 2003. Lenzerlobe. Ja, okay. So, Gruppe 9. Psycho. Ja. Asimo. Asimo. Rennpanda. Ja, schmeißt ja nicht runter. So, eine noch, dann sind die letzten. Holz. Ja. Monster. Ja. Und Kors. Und d'accord. Das ist eine starke Gruppe. Kannst du auch hier gucken. Das haben wir ja gesehen, dass du das richtig gemacht hast. Super. Dankeschön. Dann wünschen wir den Teams mal viel Spaß und viel Spannung. Und dass es halbwegs ausgeglichen ist. Und dir auch nochmal wieder danke, Can. Beim nächsten Mal, dann greifen wir wieder sicherlich auf dich gerne zurück. In dem Sinne, schönen Samstag alle noch. So. Scene. Und dass die Idee.